hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen folge hier aus dem landwirtschaft simulator 22 hier von der hof bergmann ja leute wir wollen heute mal ein bisschen ausmisten kommt dann hier raus oder jetzt mal gucken wie ein mist drin ist war bei der pferde und so muss auch nicht so viel um mist rumliegen aber ja und ja 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 Geht gar nicht alles weg. Okay. So, dann können wir das schon mal wegbringen. So, dann können wir das schon mal wegbringen. Ach, jetzt geht sie mir. So, jetzt geht sie wieder. So, jetzt geht sie mir. Ja, der freut sich, der Kleine. Doch. Das ist ja ein Ding, das nicht alles reingeht. Ja. 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 das auch so ein schau mal zu den hühnern und katschen Kommen wir an die Reihen? Geht das hier nicht? Die Reihenfolge wurden nur für die Reihenfolge , aber auch die Reihenfolge können. schneiden wir zu machen so hühner schweinis können wir uns auch so machen so 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 Da kommt ein bisschen mehr zusammen. Da kommt ein bisschen mehr an. Da kommt ein bisschen mehr an. Da können wir auf vorne rausfahren. Da kommt ein bisschen mehr an. 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 Vielen Dank. Super. 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 So. Alle noch frisch. Mal gucken. Oh, die brauchen wieder Futter. Wir haben kein Heu. Okay, Katzen füttern. Ne, die Kleindüsen, gucke mal einer, schau. Mitzi, 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 miau, 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 miau. schon was feines was sie gemacht haben wir die katze was noch im wauwi holen der feiner wir müssen wieder das heißt das heißt das heißt das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kupfer so leute aber das soll zum ersten mal hier für heute mit diesem video gewesen sein dann sage ich mal schönen dank fürs dabei sein schönen dank fürs rein und einschalten dann sage ich mal bei bei und bis zum nächsten mal ja